So, und da sind wir wieder, ne, mit unserem schönen Blauauge. Ja, das war ein Fehlgriff, ne, wirklich, ne. Verdammt. Naja, wir hatten zu gute Reflexe, ne, und dann wurde das uns leider zum Verhängnis, ne. Da hat er uns kurzzeitig ausgenockt und das ausgenutzt, verdammt. Was ist hier? Können wir was untersuchen? Nein, nein. Hier auch nichts. Okay. Ai, ai, ai. Ach du Scheiße. Wedet die Typen. Ei, ei, ei. Jeder kommt immer ran. Zack, zack, zack. Bats. Hoppala. So. Verdammt. Alter. Verpiss dich, ey. Ach du Scheiße. Es hat sich echt alles gegen uns verschworen, ey. Ach, ne. Wer von diesen Typen kommt denn noch, ey? So. Ihr wollt es nicht anders haben, ne? Hey. Keep, 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 keepin, 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 keepin. Scheiße. Hält echt viel aus, ne? Okay. Okay. What the fuck? War das in der Einbildung jetzt, oder wie? Ach, Scheiße. Was sind denn das für Typen jetzt? Ah, okay. Oh, der ist ein Führte, ne? Oh, der ist ein Führte, ne? Das war's für heute. 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 Shit, Alter. Okay. Das war's für heute. 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 Okay. Noch wer? Ah, ja. Das war's für heute. 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 Okay. Ah, der sucht auch noch die... Mutter von ihm, oder die Schwester... oder seine Tante besser gesagt. Verdammt, wer ist er? Ah, okay. Robert heißt er. Okay... Das ist der Kopp, der was uns bei gestanden ist. Ok, der hat den Fall auch noch nicht aufgegeben anscheinend. Tumor, Kakao, keine Ahnung, kann das nicht so, ist Karnisch, Karnisch oder Purgischisch oder keine Ahnung. Espanol, so, Metagrima, Roberto, war das im Zimmer oder wie, weil der Polizist hat ja auch nicht. Gibt es da hinten was? Nein. Ah, vergammelte Bude hier. Hm. Okay. Die muss schwer sein, ne? Wenn die Kerzen sind. Wie denn dieser Kult, ne? Sing für mich. Verdammt. Was geht hier ab, Alter? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Was? Ach, Scheiße. Okay, ich will es wissen. Ey, ey, ey. Ey, was ist los? Hau doch zu. Verdammt, was ist mit dir, Alter? Das hat ja gar nichts machen können, ne? Ja. Ah, ja. 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 Ich kann dir, oder? Zach, zack, zack. Bats! Aber verdammt! Arsch! Wo ist das hier versteckt? Der nächste Schritt war ein Tritt in den Schritt. Na, wer kommt? Verdammt! Ver... verpiss dich ey! Verdammt! Hammers! Okay. Okay. Wo hat sich der Typ versteckt jetzt? What the fuck? Der Schwierer! Kommt ihr mal angreifen oder? Okay. Mit nicht die Fresse rein ey! Steh auf alter! Bats! 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 Und jetzt ist es special! Bats! 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 Digga, du hast keine Schance gegen mich! Ja, grüß dich! Bats!" Bats! Bats! Nice! Ok! Aber... ich denke, wir machen hier einen kurzen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge! Okay, ciao, ciao.